Und wieder mal sind wir hier. Ich bin doch echt gerne was sehen. Jemand hat alles ausgeschaltet. Schauen wir's wieder ein. Hallo? Ich weiß, dass hier jemand drin ist. Bring dich ab, du Drecks-Android! Weiß, dass da jemand kommt. Ähm... Ja? Shit, ich fühl mich elend! Ich hätte mich niemals von den anderen trennen sollen. Sie werden nirgendwo hingehen! Mann, ich fühl mich scheiße. Geht das jetzt? Komm! Nein! Was haben Sie getan? Sie sollten nicht hier sein. Was mache ich hier? Sie mit mir. Hauen Sie einfach ab! Ah! So gut! Der Hebi nimmt jetzt schon die Arbeit ab. Bandett! Ich verstehe nicht, was Sie tun. Was ich tue? Ich sagte gleich, was ich tue. Aber direkt über die Rübe! Das tut's ja nicht nochmal! Blöde Sau! Na gut! Dass du dich anders wirst! Wollen Sie mehr über Sebastian Bult, Sicherheitsvorschriften erfahren! Äh, Revolver hätte ich nicht gemützt! Das ist hysterisch! Aber, aber! Beide mich bloß von der Kimi! Hallo! Lassen Sie mich ihnen perischen! Wieso kann ich nicht schiessen? Ich würde gerne schiessen! Sie würden sich noch wehren! Alter! Wieso kann ich nicht schiessen? Scheisse! Bitte verruhigen Sie sich! Das ist keine Antwort! Sie ist auf der Ziel, meine Geduld! Bleib mir! Alter! Biss mit der Kasten! Lähne uns! Dass ich nicht zielen kann! Leck mich doch! Ach! Kimi von der Kimi! Ach! Ach! Jetzt darf mir mit der Medici passen! Danke du Arsch! Ja! Gut! Okay! Und jetzt? Wir haben hier alles so schönes! Ah! Ah! Hab was gesehen! Hallo! Hallo! Ach! Hab was gesehen, dass ich da was nehmen kann! Na gut! Also! Läuft! Also! Läuft! Steigen Sie ein! Ich hatte ein paar Probleme und es wird etwas länger dauern! Wir können warten! Täter nicht! Ich nehme die nächste Gondel! Ihre Entscheidung! Was habe ich denn noch zu tun? Ich denke, wie wir uns gleich herausfinden! Ich werde das Lötzeug hier! Gib mir das! Gib mir das! Ah! Na, dann mal schauen, was es hier so gibt! Ah! Transit Neustart! Hören Sie mal! Sie spielen eine Glamse! Das Ding verdient in einer Transit Gondel durch die Gegend! Sie haben die Möglichkeit, den gesamten Transitverkehr von Apollo zu trennen! Also machen Sie das auch! Sie können den Wahnsinn mit einem Knopfduch beenden! Sie fühlen sich beide aktivieren und transit vielleicht sicher, aber wir hocken in der Falle! Helfen Sie uns, verdammt! Hintergangen! Eine Warnung für dich, du Penner! Denk nicht mal daran, dich Sinclair und den Siegsen Leuten anzuschliessen! Ich hab denen gesagt, dass du Maus drum gebracht hast! Die erschießen dich, wenn sie dich sehen! Hättest du dich mich in dein Versteck lassen sollen! Du hältst es keine Woche aus! Nix! Nix und nix! Okay! Und jetzt? Nix! Das Ding hier kann ich ein bisschen was aufmachen! Aber naja! Okay! Lötlappi! Na also! Das wollen wir doch! Halleluja! Ist doch Musik, ist immer schön! Was sonst noch hier? Zigaretten? Ne, ich rauche nicht! Erstmal speichern! Einmal speichern! Ich passe mir nochmal Medikit! Dann! 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 Und einsetzen! Platsch! Gut! Sonst gäbts nix! Sonst gäbts nix! Also gut! Ein Alien! Rein! Goa nix! Neuuu! 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 Hinter uns wartet schon, dass er hier, ne? Nicht doch was. Vor allem hat das wohl nicht wirklich, äh... Ja... Treibstoff. Und... Dua! Ah, also... Und wo geht das hin? Na? Das ist alles... Nicht sehr hilfreich! Nicht sehr hilfreich! Und ich weiß nicht wie, wann Batterien komme! Nein! Aber ich passe mir hier einfach mal alles zusammen! Mache ich Offswind zum nächsten Part! Entschuldigung... Entschuldigung... Na ja... Irgendwie... Ich soll noch vorwärts gehen hier... Ich soll noch vorwärts gehen... Und ich soll noch vorwärts gehen, aber... Ich soll noch nicht... Ich soll noch vorwärts gehen! Und ich soll noch vorwärts gehen! Achso... Nicht zu weit! Aha! Tieren wir halt dann... Den! Ich soll noch vorwärts gehen! Runter! Dankeschön! Ich soll noch vorwärts gehen! Ich soll noch vorwärts gehen! Und raus da! Sinclair hier! Wir brauchen Vorräte! Nehmt, was ihr kriegen könnt von allen, die euch in die Quere kommen! Ich habe im Wohnbereich eine Ecke gefunden, in der wir uns verschanzen und auf Hilfe warten können! Ich habe Leute beordert, die Lüftungsschächte zuzulöten und die Fahrstühle auszuschalten! Der Plan ist es, hier alles wasserdicht zu machen! Wir haben keinen Platz für mehr Leute im Zufluchtsort, aber wir können Raum für Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen! Wenn wir alle hier leben durchbringen wollen, können wir uns kein Mitleid erlauben! Okay... Du das sagst, Dante Judah! Okay... Okay... Kann man auch irgendwann mal speichern? Ja genau! T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t! Ich komme Leute! Ich komme! Ripley, wir haben vor dem Aufbruch Stimmen gehört! Passen Sie auf sich auf! Jaja, aber erstmal speichern! Und dann sage ich Leute, wenn ihr uns gefallen habt, Daumen hoch! Abonnieren! Wir sehen uns im nächsten Part! Bis dann und Tschüss!